So, hier sind wir wieder bei Edna bricht aus. Letztes Mal haben wir ja gerätselt, wie kriegen wir Kleidung hin oder irgendwas Weiches unten beim Wäschelift System hin, dass wir da aufsteigen können. Aber wir haben ja auch noch gar nichts mit der Mantel gemacht. Könnten zum Beispiel Ketchup auf ihn drauf spritzen. Ui, schaut er uns aber an. Aber Herr Mantel, du bist ja ganz schmutzig. Da kommt der nächste Ausgang. Jetzt haben wir ihn sauer gemacht. Und los geht's. Komm, geh mal weiter, vielleicht findet man ja noch irgendwo dann Laken. Seltsam. Wo ist denn Herr Mantel hin? Wo ist er hin? Können wir da gar keinen Senf mehr hinspritzen? Naja. Da kommt der nächste Ausgang. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Mhm. Gut. Jetzt kommt der nächste Ausgang. Jawohl, endlich. Äh. Jetzt sind wir wieder da. Gut. Ähm. Ach ne, das war ja bei dem anderen Ausgang, ist man ja da hingekommen. Wollen wir jetzt wieder zu Hoti und Moti gehen. Was haben wir denn hier jetzt alles noch drin? Da hat kein Zehennagel mehr. Muss man ändern. Da kommt der nächste Ausgang. Endlich. Gut. Dann, äh. Können wir da mal wieder rausgehen. Und gehen wir mal zu Hoti und Moti. Und tun mal die bespritzen. Braucht ihr etwas Senf? Nein. Wir essen nicht mehr im Bett. Wenn man das Laken voll krümelt, wird es schneller abgezogen, als man Piff sagen kann. Es landet dann im Keller in der Wäscherei. Und dort brauchen sie dann Wochen zu reinigen. Sagtest du Wochen? Genau. Das hier ist das letzte saubere Laken bis zum Winteranfang. Mhm. Das müssen wir ändern. Vielleicht könnte ich die beiden trennen. Aber ich will sie nicht verletzen. Ja, tu einfach dazwischen schneiden. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Jetzt haben wir sie getrennt. Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh. Diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Hm. Gehen die jetzt dann weg, wenn wir gehen? Sitzen die da aufgeschnitten da? Dann tun wir nochmal da hingehen. Dann tun wir nochmal da hingehen. Zu dem Typen da. Nochmal bisschen warten. Vielleicht sind sie ja jetzt weg. Das weiß ich. Wir sind da getrennt. Die können jetzt machen, was sie wollen. Nein, die sind immer noch da. Ähm. Vielleicht müssen wir wieder komplett von der Ebene verschwinden kurz. Und los geht's. Und los geht's. Laken zerträgen können. Und dann liegt es in der Wäscherei. Da kommt der nächste Ausgang. So. Okay. Gut. Gut. Sind die noch alle da? Sind immer noch alle da? Gehen die nicht irgendwann essen? Hm. das ist jetzt weg haben wir schneller da kommt der nächste ausgang da kommt er nicht so jetzt kommt bitte jetzt ja sie sind weg sehr schön gut also locken verdrecken im bett darf man aber keine chips essen gut aber jeder nice und da drauf kloppen damit verschwende ich nur wertvolle überschussenergie das bett ist so weich das federt alles ab na gut ich dachte man kann es ja noch kaputt machen aber du kannst es aufschlitzen und du kannst es bemalen genau das passiert dass das etna war gut wie lange brauchen wir jetzt zum abholen das ist jetzt schon abgeholt gut dann machen wir noch mal schnell eine rundreise so hier raus und rein da und los geht's los oder liegt es vielleicht jetzt schon dort der nächste ausgang es liegt schon da okay juhu endlich unten das ist ein kleiderbügel es ist die nummer eins nein ich mag mein schmutziges vokabular herr mantel er hört mich nicht du brauchst keine angst zu haben das ist bloß ketchup besser ketchup besser hobbit macht böse flecken oh god drauf spucken hallo etna dein spuckröhrchen ist ganz verseiert ich helfe dir gerne es zu reinigen vielleicht später boah harvey diese waschmaschine mit der ich mich da gerade unterhalten habe ist voll psycho stecken wir sie lieber in brand sobald wir feuer gefunden haben kleiner kumpel aber wir können jetzt wieder nach oben gehen wir sind wieder da wo wir angefangen haben ach nee wir müssen erst mal herunter gehen treppenanimation und so ne gut schublade äh nee nicht warte nein ich unterhalte mich nur mit designer möbeln achso gut da ist ein formular erst vom betreuenden arzt unterzeichnen lassen dann am seminartag dem therapeuten vorlegen gut dann können wir jetzt hier ist noch niemand ne 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 warte 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 da gibt es ja noch ne schublade oh große überraschung da ist besteck drin hui mal sehen was haben wir denn da alles schönes ein messer und eine gabel die serie der überraschungen reißt nicht ab na nun kein löffel wo zum kuckuck sind die löffel wissen wir ja wo die sind gut denn können wir ja komm geh mal zu ähm zu der frei bewegen so hier ist ja das rätsel wir müssen in dem raum anschalten in dem raum ausschalten und da und da und da was ist denn das da ach die bar muss die bar am bleiben ja warte mal schnell äh den professor raum ausschalten und äh den waschraum aus und vielleicht noch in der bar aus aber das dann mal zum schluss probieren äh gut das sollte dann sein so da haben wir es gut dann müssen wir es wieder zum beste lift gehen wir mal hin und runter und da lang das hier nirgends jemand ist da runter und da geht schneller gut hier ist dann die wäscherei wäschelift system be me up scotty dann benutzen wir halt einfach das sieht gefährlich aus ja und egal so geschafft also wir müssen jetzt halt bei dem psycho da anmachen und in der wasch ausmachen da kommt der nächste ausgang wir sollten jetzt genau da äh beim professor müssen wir ausschalten gut dann gehen wir mal hin und schalten aus hier rein ups und da rein und aus raus wieder durch die tür wieder raus ja wieder hin boah überall rumlaufen hallo achso dass man immer genau richtig klicken muss so hier nur für personal egal und so warte jetzt streche ich mal schnell hier der professor haben wir schon gut hier mal weg gläschen cool da kommt der nächste ausgang Entschuldigung so jetzt sind wir hier in der wasch drin da müssen wir das licht auch ausschalten und nur noch war bei denen ein verrückter da müssen wir das licht anschalten das licht anschalten ach ja licht an licht aus aber was zum kuckuck diese monitore das ergibt ein muster es ist eine es ist eine Botschaft er dreht sich aber lang der stuhl so so denn go 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 jetzt müssen wir wieder zu ihm hingehen ne aber der ist ja auf die toilette geflüchtet also müssten wir ja auf die toilette vielleicht kann man äh vielleicht können wir ihm ja da den schlüssel abnehmen dann haben wir einen generalschlüssel da kommt der nächste ausgang abspringen